Vom Absteiger zum Meister. Torhüter Ron-Robert Zieler wechselt, wie erwartet, von Hannover 96 zu Leicester City. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vier-Jahres-Vertrag beim englischen Sensationsmeister. Zieler kostete aufgrund einer Klausel nur 3,5 Millionen Euro. Es fühlt sich großartig an, sich nach dieser großartigen Saison Leicester City anzuschließen, es ist wirklich schön, nun Teil dieses Klubs zu sein. So Zieler auf der Club-Homepage. Für den Deutschen wird es auch ein Wiedersehen, unter anderem mit Danny Simpson und Danny Drinkwater, mit denen er gemeinsam in der Jugend von Manchester United spielte. Statt Zweitliga-Fußball darf Zieler nun also in der Champions League ran. Dafür muss er sich aber erstmal gegen die bisherige Nummer 1 der Foxes, Kaspar Schmeichel, durchsetzen. Der wiederum könnte den Verein auch schon wieder verlassen.